Herzlich Willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Die heilige Sippe von Franz Anton Maulbertsch, farbintensiv, flammend, von unglaublicher Exaltation getragen. So erleben wir diese Figuren und diese sonderbare Erzählung. Die Sacra Conversazione in einer Dreieckskomposition. Die Mutter Gottes als eine schmalgliedrige, zarte, langhalsige Figur mit eigenartig abgestrecktem Zeigefinger hält sie das Tuch, auf dem das kleine Kind Jesus Christus ruht. Das Kreuz, das auf das Martyrium hinweisende, hochreckend, sitzt sie hier in einer eigentümlichen, langgliedrigen Körperlichkeit. Neben ihr, ihre Mutter, die heilige Anna, mit einem altersgefurchten Gesicht. All diese Physiognomien zeichnen sich durch eine Eigentümlichkeit aus, die in den Nasen mündenden Gesichtsformen zu eigenartig, sonderbar und abweichend von diesem barocken Selbstverständnis und der Ästhetik, die eigentlich üblich ist. Auch der heilige Joachim, der Vater der Mutter Gottes, mit seinem Gestikulieren in dieser Konversation verfangen sein. Und dann leicht versteckt in diesem Nebel, angelehnt an die Säule, der heilige Josef. Gegenüber der Kernfamilie, wenn man so möchte, die heilige Elisabeth, die sanft nachdrücklich den Johannes den Täufer als Kind an diese Familie heranzurücken scheint und ihn dazu bewegt, heranzutreten, das kreuzreckend auch schon auf die große Erzählung hinweisend und neben ihr, ihr Gemahl Zacharias. Und dann eine Figur, die in gewisser Weise außerhalb dieses von flammender Farbigkeit und expressiver Darstellung gezeigten Konversationsgeschehens, nämlich ein liegender, im Vordergrund ruhender, lesender Pilger, der möglicherweise in den Texten der Apokryphen studiert. Es könnte, wenn wir die Attribute interpretieren, der heilige Jakobus der Ältere sein. Franz Anton Maulbertsch, der 1724 am Bodensee geboren ist, in eine Künstlerfamilie, sein Vater Anton Maulbertsch ist Maler, wird seine Ausbildung an der Wiener Akademie unter Jakob von Sküpen genießen. Ganz im Sinne der klassischen Formen, des Herangeführtwerdens an das Ideal der Malerei, Ausgewogenheit und Dramatik im barocken Kontext, sich schulend an der italienischen Selbstverständnissituation. Umso erstaunlicher dieses Herangehen eines Franz Anton Maulbertsch, der aus diesen lichtgleisenden Nebeln heraus den Gottvater als gütigen, großväterlich Erscheinenden zeigt und die Dreifaltigkeit durch die Taube, die über dieser ganzen Szenerie noch zu sehen ist und im Licht noch einmal hervor- und herausgehoben wird. Und dann diese eigentümlich verzerrten Kremassen der Putti, der Engelchen, die dieses ganze Geschehen noch tragen und unterstützen, indem sie um diese Figuren herum eine zusätzliche emotionale Qualität einbringen. Dass Franz Anton Maulbertsch durchaus viel beschäftigt ist, als Freskant in erster Linie, aber auch als Hervorbringer von Sakralbildern wie dieses Andachtsbild, erstaunt in gewisser Weise, wenn man diese Expressivität, diese Vorwegnahme einer neuen Idee in der Kunst, die Jahrzehnte später Platz greifen wird, im Sinne völlig neuer Herangehensweisen an das Malen, die Loslösung der Farbe von der Form, das nicht mehr Konturieren und plastisch ausformulieren im Sinne der Ausgewogenheit, sondern dieses extrem Flammende. So erstaunt es auch gar nicht, dass Franz Anton Maulbertsch, der vorgeschlagen wird, für eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste 1757 letztlich abgelehnt wird, wegen eines allzu kühnen Geistes. Aber er ist Inspirationsquelle für Künstlerpersönlichkeiten, die Jahrzehnte nach ihm ihren Weg suchen und finden würden, wie beispielsweise Oskar Korkoschka, der sich explizit auf das Oeuvre dieses Franz Anton Maulbertsch bezieht, wenn er in der Pieristenkirche Maria Treu die Fresken und Tafelbilder auf sich wirken lässt und dieses flammende, lichtintensive, sonderbar die Körperlichkeit in gezogener Ästhetik darstellen, für sein Oeuvre nutzen wird. Genießen Sie den Blick auf ein sonderbar faszinierendes Werk, geben Sie sich der Faszination hin und nutzen Sie die Gelegenheit, die Aura des Werkes auf sich wirken zu lassen. Wir freuen uns!